Mein Name ist Jan-Fredrik Hellmann. Ich bin Inhaber und Geschäftsführer der Firma Hellmann Fleischwaren und ich freue mich, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Bereits in der dritten Generation schlägt unser Herz für westfälische Rohwurst-Spezialitäten. Ob geräuchert oder luftgetrocknet, Salami und Mettwurst von Hellmann bieten exzellente Qualität in vielfältigen Geschmacksrichtungen und Formen. Wir stellen unsere gesamte Produktpalette ausschließlich nach dem Naturreife-Verfahren her und verwenden eigene Starterkulturen und Gewürzmischungen. Unserer Hellmann-Wurst geben wir nach alter Handwerkstradition viel Zeit zur Reife. In ständigen Prozessen entwickeln wir alle Produkte weiter, um unseren Kunden nur das Beste zu bieten. Die gesamte Hellmann-Produktpalette stimmen wir deshalb auf Ihre Wünsche ab. Ob für Gastronomie oder Hotellerie, Einzelhandel, Halal oder etwas Besonderes für die Kleinen. Im Hause Hellmann wird die Individualität jedes Kunden großgeschrieben. Salami in verschiedenen Formen und mit diversen Ummantelungen. Mit uns können Sie sogar Ihre eigene Geschmacksnote kreieren. Dabei verarbeiten wir ausschließlich Schweine-, Rind- und Geflügelfleisch von langjährigen Lieferanten. Für unsere regionalen Kunden bieten wir darüber hinaus in Hellmanns Genussmanufaktur am Standort Bünde ein erweitertes Produktsortiment an. Vom Aufschnitt und Grillfleisch über warme Speisen bis hin zum Frühstück und unseren beliebten Rohwurstvarianten. Alle hier angebotenen Wurst- und Fleischwaren stammen aus eigener Aufzucht. Seit vielen Jahren investieren wir auf dem heimischen Sewingshof kontinuierlich weit über die neuesten Standards hinaus zum Wohl unserer Tiere. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst. Durch permanente Qualitätskontrollen im Produktions- und Reifeprozess sowie im Versand- und Logistikzentrum, die höchsten Anforderungen unterliegen, gewährleisten wir die gewohnt beste Qualität der Hellmann-Produkte beizubehalten und weiterzuentwickeln. Hellmann Salami – die schmeckt mir!